Unser Geschäftsführer Jan Löffler ist auf Perspective aufmerksam geworden, weil das Targeting wohl ganz gut funktioniert hat. Hi, ich bin Basti von der LDB-Gruppe. Wir sind Dienstleister im Bereich Kundenkommunikation in der Automobilbranche und ich verantworte da den Bereich Marketing und Inside Sales. Also ich bin im Bereich Marketing unterwegs seit ungefähr acht Jahren und bin da durch die Gesundheitsbranche eigentlich eher reingerutscht und wir haben relativ schnell gemerkt, okay, man kann so mit digitaler Lead-Generierung auch im Mittelstand und in kleinen Unternehmen extrem große Hebel bewegen und dadurch, dass die gesamte Branche noch sehr rückständig ist, merkt man relativ schnell relativ große Auswirkungen mit seinem eigenen Tun. Unser Geschäftsführer Jan Löffler ist auf Perspective aufmerksam geworden, weil das Targeting wohl ganz gut funktioniert hat, eben die Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen anzusprechen. Ja, und dann sind wir auch in den Funnel gerutscht und der hat wohl ganz gut konvertiert, sonst wären wir heute nicht hier. Als ich das erste Mal Kontakt zu Perspective hatte, habe ich so gedacht, naja gut, Landingpages und auch irgendwie Software, die man für die Lead-Generierung benutzt, um Landingpages zu gestalten, dachte ich eigentlich, kenne ich eigentlich so alles, was es so gibt und war dann doch überrascht von der Einfachheit von Perspective Funnels und gerade so im Bereich Recruiting und Heranführen von Marketing-Einsteigern, ist es halt enorm hilfreich, ein Tool zur Verfügung zu haben, wo man nach zwei Stunden Einweisung im Prinzip schon demjenigen das Tool überlassen kann und er baut die Landingpages selbstständig. Ja, also wir setzen ja Perspective Funnels in verschiedenen Varianten ein, also einmal in unserem Kerngeschäft, im B2B-Software-Geschäft. Das ist natürlich ein hartes Brot, aber da haben wir dann auch relativ zügig geschafft, eben Leads zu generieren, die auch eine hohe Abschlussrate erzielt haben und auf der anderen Seite sind wir da auch mit einem Spin-off von unserem Unternehmen unterwegs in der Lead-Generierung B2C. Da geht es dann um Langzeitmiete, Generierung von Leasing-Angeboten und da haben wir dann relativ schnell dreistellige Lead-Anzahlen generiert mit den Funnels. Da geht es dann um Langzeitmiete, Generierung von Leasing-Angeboten und da haben wir dann eine hohe Abschlussrate-Angeboten und da haben wir dann eine hohe Abschlussrate-Angebote-Angebote-Angebote-Angebote.